Wir wollen der Gemeinde und der Region auch etwas zurückgeben. Deshalb investieren wir hier nicht nur 800 Millionen Euro, sondern auch 126 Jahre Auto-Know-how. Wir wollen wir hier nicht nur 1,5 Jahre Auto-Know-how. Wir wollen wir hier nicht nur, sondern auch in Europa, sondern auch in Europa. Wir sehen, dass wir hier und viele Menschen arbeiten, die hier und hier sind, in diesem Jahr, in diesem Jahr, auf der Magyar-Järmühipar-Know-how. und die Niemisch-Magazin-Gazin-Gazin-Eugend-Möglichkeit weiterentwickelt. Vielen Dank.